Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Die Quantenelektrodynamik, die hat uns jetzt durchaus eine Weile beschäftigt. Sie ist bizarr und da stellt sich natürlich die Frage, wie konnte sich eine Theorie etablieren und durchsetzen, die so kompliziert daherkommt. Also üblicherweise konkurrieren doch die Theorien damit, dass sie ein bisschen prognosefähiger sind, dass sie also Dinge vorhersagen können, die dann tatsächlich eintreten. Oder sie können etwas vielleicht erklären, was andere Theorien nicht konnten. Wir haben das gesehen bei der allgemeinen Relativitätstheorie. Da ging es dann plötzlich um Periheldrehungen und solche Geschichten. Also was hat jetzt die Quantenelektrodynamik auf der Pfanne, was die anderen nicht können? Wo hat sie sich durchgesetzt? Und das ist eine Geschichte, die ist unglaublich. Denn ja, die QED kann Dinge, die keine andere Theorie kann, die selbst die allgemeine Relativitätstheorie blass ausschauen lassen. Die QED ist in der Lage, Dinge auf die zwölfte Nachkommastelle genau vorherzusagen und mit dem Experiment übereinzustimmen. Wer übrigens immer noch Probleme hat mit diesem Wegkringeln an den Rändern, mit diesem Weginterferieren, für diejenige oder denjenigen gibt es jetzt was Anschauliches. Gewissermaßen so eine Hausaufgabe. Wir müssen uns nur überlegen, wie man eine Orange in einem Zug abschälen würde. Also ich habe hier schon mal so einen Schlagplan mir aufgezeichnet, aber können Sie sich selber mal Gedanken darüber machen. Wir wollen das Ganze so gestalten, dass wir hier in einem Zug diese Orange abschälen. Wir wollen das Ganze so gestalten, dass wir hier in einem Zug abschälen können. Was erhalten wir damit, außer einer Riesensauerei, genau unsere gesuchte Funktion? Das ist dieser Funktionsverlauf. Er kringelt sich an beiden Enden ein und macht nur Strecke zwischendurch. Also so würde ich mir sagen. Das ist die Cornu-Spirale. Das ist die mathematische Funktion zu diesem orangenen Massaker, das ich hier veranstaltet habe. Also Hausaufgabe, zu Hause in einem Zug eine Orange abschälen und betrachten, was dabei rauskommt. Am besten legen Sie es nochmal auf eine ebene Fläche, dann sehen Sie es noch schöner und dann kriegen Sie wunderbar diesen Funktionsverlauf. Und das ist ein Vorgeschmack darauf, was Richard Feynman gemacht hat in diesen komplizierten Berechnungen, die eigentlich auf uns warten und hinter der Tafel lauern gewissermaßen. Er hat nämlich auch etwas sehr Anschauliches gemacht, ähnlich wie dieses Bild hier. Und diese Diagramme, die nach ihm benannt sind, die sind nicht mehr wegzudenken aus der theoretischen Physik, aus der Elementarteilchenphysik, die Feynman-Diagramme. Und auch die müssen wir uns detailliert anschauen. Aber ich brauche jetzt erstmal eine kurze Pause. Das Prinzip dieser Diagramme, das ist wunderbar einfach. Es sind Raum-Zeit-Diagramme. Man müsste also streng genommen, sieht man selten, aber machen wir es hier mal wie in der Fahrschule. Umschauen, blinken, machen, tun, machen wir alles hier. Also es wäre ein Raum-Zeit-Diagramm. Man könnte hier auch CT anschreiben, aber ich nehme hier mal die Zeit. Und das wäre hier der Ort. Und ein Elektron, das sich jetzt einfach in der Raum-Zeit von einem Punkt zum anderen bewegt, da gäbe es unendlich viele Möglichkeiten und die fassen wir zusammen mit einer geraden Linie. Und dann gibt man hier noch die Richtung an. Das ist ein Elektron. Das war es schon. Und jetzt wollen wir natürlich Quantenelektrodynamik, die Wechselwirkung des Elektrons mit dem elektromagnetischen Feld. Das ist ein elektromagnetisches Feld, das Austauschzeichen war das Photon. Also wenn wir so ein Photon brauchen, dann machen wir eine geschwungene Linie. Und wenn wir jetzt dieses Diagramm zu Ende führen wollten, was passiert mit dem Elektron, wenn es ein Photon emittiert? Naja, es wird seines Weges gehen in einer leicht veränderten Richtung. Es ist einfach nur eine Impulserhaltung. Das heißt, hier passiert etwas und dann geht das Elektron hier wieder nach draußen. In der Zeit weiter. Das war es. Das ist das Feynman-Diagramm für den Vorgang. Elektron kommt, sendet ein Photon, emittiert ein Photon und fliegt davon. Genauso gut hätte natürlich auch das Photon hier unten wechselwirken können. Das heißt, ein Photon kann natürlich auch hier ankommen, mit dem Elektron wechselwirken. Was wäre das? Ja, eine Absorption. Das Elektron absorbiert ein Photon und fliegt davon. Was kann sonst noch passieren? Naja, so ein Photon kann erzeugt werden, einfach durch die Zerstrahlung eines Elektrons mit einem Positron. Und das ist jetzt ein bisschen, das muss man noch wissen, das ist ein bisschen tricky. Antiteilchen, also ein Positron, zeichnen wir so ein, als wäre es ein Elektron, das in der Zeit rückwärts sich bewegt. Also Elektronen kriegen den Pfeil hier nach oben in der Zeit, Positronen kriegen den Pfeil nach unten. Also hier kämen Positronen an, hier kämen Elektronen an und beide würden zerstrahlen hier zu einem Photon. Und jetzt brauchen wir das ganze Diagramm nur noch auf den Kopf zu stellen. Dann haben wir wieder eine Möglichkeit, es kann nämlich genauso gut ein Photon kommen und an einem Punkt Paarbildung betreiben. Paarbildung in Form eines Elektrons und eines Positrons wieder gezeichnet mit der umgekehrten Richtung. Also das Positron fliegt hier raus, umgekehrte Richtung eingezeichnet. Wenn Sie genau aufgepasst haben, dann haben wir die Diagramme im Prinzip immer nur gedreht. Es ist immer ein und dieselbe Geschichte. Und jetzt kann man noch, es sind insgesamt nämlich sechs fundamentale Diagramme, jetzt kann man einfach noch die ersten beiden Diagramme mit Positronen zeichnen, das war es schon. Also, ich mache jetzt hier auch mal dieses Raumzeitdings weg, das wird üblicherweise nicht hingezeichnet. Oft sieht man auch in Büchern die Zeit sogar in einer anderen Richtung dargestellt, aber wir werden uns danach halten, von unten nach oben in der Zeit. Und da könnte jetzt zum Beispiel auch ein Positronwechsel wirken mit einem Photon. Also ein Positron kommt hier rein und emittiert ein Photon und fliegt hier raus so wie wir es vorhin mit dem Elektron hatten. Oder das Positron absorbiert ein Photon und geht auch wieder seines Weges. Und alle anderen komplizierteren Geschichten in der Quantenelektrodynamik setzen wir uns daraus zusammen, aus diesen fundamentalen Bausteinen. Feynman war übrigens nicht der Erste, der solche Diagramme gezeichnet hat. 1941, da hatte ein Ernst Karl Gerlach Stöckelberg von Breidenbach. Ein Schweizer Physiker, schon diese Idee, der hat auch schon eine Renormierung der Quantenelektrodynamik vorgelegt. Das war aber alles noch so abgedreht zu dieser Zeit, dass er nicht akzeptiert wurde für die Publikation. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass später Feynman, Tomonaga und Schwinger mit diesen Ideen den Nobelpreis abgeräumt haben. Wichtig ist noch dieser Knubbel, also diese Kreuzung, auf der hier irgendwas passiert, das nennt man einen Vertex. Also mit V. Und hier gelten gewisse Regeln. Hier gilt zum Beispiel Ladungserhaltung. Also wenn hier was, in dem Fall was positiv Geladenes reinfliegt, muss auch was positiv Geladenes rausfliegen. Wenn jetzt hier zwei Geschichten miteinander zerstrahlen, dann muss es offensichtlich hier unten ein Elektron sein. Und das Ganze wird zu einem Boson. Also auch hier hätten wir wieder ein Positron und ein Elektron, also eine positive und eine negative Ladung, hebt sich weg, passt, weil das Photon hat eben keine elektromagnetische Ladung. Auch, also die Ladung ist erhalten, auch die Anzahl der Leptonen. Also der Elektron gehört zu der, ja, wir haben es in der Schublade, die wir beschriften mit Leptonen. Das heißt, wenn also so ein Lepton, so ein Elektron reinfliegt, dann muss auch ein Antilepton reinfliegen, damit die Leptonenzahl sich hier wieder weghebt, weil das Photon ist eben kein Lepton, sondern ein Boson. Aber das führt jetzt eigentlich schon wieder zu weit. Wichtig, am Vertex gelten gewisse Regeln und der Vertex symbolisiert eine Kopplung. Wir haben hier eine Kopplung, weil hier Elektronen oder Positronen und Photonen miteinander irgendwie wechselwirken. Ich muss Sie aber dringend warnen, diese Bildchen jetzt zu sehr zu bagatellisieren oder zu verniedlichen. In Wirklichkeit steht hier geballte Mathematik dahinter. Das sind nur einfache Symbole für sehr komplexe Terme. Also so ein Vertex hier beispielsweise, wenn so ein Elektron reinkommt, dann gibt es hier eine elektromagnetische Wechselwirkung offensichtlich mit einem weiteren Elektron, das hier reinkommt. Also wir haben hier die Situation, zwei Elektronen spüren einander durch die elektromagnetische Wechselwirkung, vermittelt durch ein Photon und stoßen sich ab. Hier geht es rein, hier geht es raus. Das ist übrigens auch noch eine ganz witzige Geschichte. Nur die Teilchen, die reingehen und die Teilchen, die rausgehen, sind real und messbar. Das, was hier zwischendrin stattfindet, das nennen wir virtuelle Teilchen. Und die dürfen ja wieder alles verletzen und machen und tun, das haben wir ja schon gesehen. Die sind jetzt völlig frei, weil sie noch nicht weit genug Strecke gemacht haben, weil sie noch nicht eine so große Wirkung haben, dass sie tatsächlich dieses Weginterferieren hier schon beobachten können von den Anteilen, die dann in unserer makroskopischen Welt eben keine Rolle mehr spielen. Dieser Vertex hier beispielsweise, der steht für Minus I, Betrag der Elementarladung, und dann Gamma µ, oben µ, das ist eine Dirac-Matrix, die habe ich Ihnen bisher verschwiegen. Komme ich gleich dazu. Hier hinten hätten wir Minus I E Gamma µ, das ist dieser Vertex. Das Photon dazwischen wäre auch eine schlimme Geschichte. Da haben wir Minus I G µ µ unten und dann spielen noch die Impulse eine Rolle, weil sie können ja mit einem Impuls reinkommen, P und rausgehen sie mit einem Impuls Q und hier hätten sie so einen Impuls K und einen Impuls L und dann müssen sie hier nochmal Q minus P zum Quadrat also, ich wollte eigentlich nur illustrieren, dass wir hier hinter diesem Bildchen immer eine Menge Mathematik vorfinden. Ebenfalls wäre ja zu berücksichtigen, dass unsere Elektronen, die jetzt hier entlang kommen, die wechselwirken ja nicht genau und ausschließlich nur an diesem Punkt hier mit diesem Vertex, sondern die sind ja in unserer bisherigen Überlegung punktförmig. Das heißt, da können sie unendlich viele solcher Punkte hier auf dieser Strecke platzieren. Entsprechend haben sie unendlich viele Möglichkeiten. Sie merken es schon. Wir haben wieder die Unendlichkeiten im Boot, wir werden wieder aufintegrieren. Also da ist richtig was los hier. Was hat es auf sich mit diesen Gamma-Matrizen? Da ist jetzt die Rede von der Polarisation. Das haben wir ja bisher völlig verschwiegen, vereinfacht. Wir haben so getan, als wären Photonen und Elektronen irgendwie immer gleich und hätten keine Möglichkeit hier in irgendeiner Form polarisiert zu sein. Das wiederum ist hier eine Matrix mit 4 mal 4 Einträgen. Auch getrieben von der Polarisation. Photonen beispielsweise. Wissen wir makroskopisch gibt es zwei Polarisationsrichtungen. Eine hier quer zur Ausbreitungsrichtung. Also wenn das Photon jetzt hier zu innen fliegen würde, dann kann es einmal in diese Richtung hier polarisiert sein oder einmal hier in diese Richtung polarisiert sein. ja makroskopisch. Sie werden es erraten. Mikroskopisch ist wieder alles erlaubt. Da können Sie auch in die dritte Raumrichtung polarisiert sein als Photon oder auch in die Zeitrichtung. Das heißt, alle Dimensionen der Raumzeit stehen Ihnen zur Verfügung. Ebenso für die Elektronen. Beide haben also die Möglichkeit jetzt in vier unterschiedlichen Ausprägungen daherzukommen und entsprechend werden sie in einer gewissen Art und Weise jeweils miteinander wechselwirken. Nicht identisch. Das ist das nächste Problem. Also ein Photon wenn es so vier verschiedene Polarisationszustände gibt, also ein Photon im Zustand 1 würde jetzt mit einem Elektron im Zustand 3 irgendwas anderes veranstalten als mit einem Elektron im Zustand 4 oder ein Elektron im Zustand 1 würde wieder was anderes mit einem Photon im Zustand 3 machen. Das ist alles zusammengefasst hier in dieser Wechselwirkungsmatrix wenn man so will. Zum Glück wenn eine Wechselwirkung stattfindet dann haben wir immer diese selbe Kopplung das ist schon mal eine gute Sache da fehlt es manchmal um so Faktor 90 Grad und Vielfache aber im Endeffekt wenn Wechselwirkung dann ist alles gut. Entsprechend hier haben wir auch die Polarisation hier in dieser Gamma-Matrix alles was ich jetzt gesagt habe können Sie getrost vergessen also alle Schleudersymbole alle Helme auf alles was uns irgendwie zur Verfügung steht hier müssen Sie sich keine Gedanken machen ich wollte es einfach nur einmal hervorheben also die Gleichung wäre tatsächlich hier ziemlich übel zum Glück ist es aber eben ausreichend nur diese Bildchen zu betrachten solange man im Hinterkopf hat was man eigentlich hier vor sich hat und das war die Mächtigkeit die Feynman hier aufgebracht hat weil diese ganzen Berechnungen ursprünglich die hatte Julian Schwinger schon durchgeführt vor Feynman und der hatte einen wesentlich komplexeren Ansatz einfach nur über Gleichungen aber dieses Anschauliche dieses Vereinfachende das wollen wir uns hier zunutze machen und den Rest den wischen wir einfach weg und dann machen wir uns hier ganz leise vom Acker und wecken diese ganze Geschichte nicht auf das ist so ähnlich wie wir uns beim Riemann Tensor ganz leise vorbeigeschlichen haben in der allgemeinen Relativitätstheorie also ich mache das hier einfach gleich mal weg dann muss sich hier niemand irgendwie verunsichert fühlen und dann nutzen wir ab jetzt nur noch die Bildchen die Polarisation würde ich damit gerne Adapter legen verschwindet in dem Formalismus wunderbar macht es uns leichter vielleicht sollten wir mitnehmen dass natürlich Teilchen mit einem halbzahligen Spin wie jetzt die Elektronen und Teilchen mit einem ganzzahligen Spin wie jetzt die Photonen also Fermionen und Bosonen vier in der Welt des kleinsten vier Polarisationsgrade haben es gibt dann auch andere das Higgs-Zeichen kommt besonders einfach daher hat den Spin Null und damit auch keine Polarisation vielen Dank an das Higgs-Zeichen dass es so einfach daherkommt und dann gibt es auch andere die haben zum Beispiel den Spin 2 die hätten dann schon 10 Polarisationsfreiheitsgrade aber das das muss uns jetzt nicht Sorge machen zum Glück und dann kommen wir zu einer Sache die ist der Durchbruch gewesen der Quantenelektrodynamik man wusste längst wenn man so einen Stabmagneten nimmt und in ein äußeres Magnetfeld stellt also wenn hier jetzt die Magnetfeldlinien aufgezeichnet werden und ich halte den da rein dann wird es hier in irgendeiner Ausrichtung dann wird es hier eine Kraft geben die ihn entsprechend ausrichten wird diesen Stabmagneten ein Moment ein magnetisches Moment das ihn hier zurückführt und ein Elektron wenn es sich jetzt wirklich dreht und man hatte anfangs diese klassische Vorstellung erstmal und es hat Ladung ja dann induziert es natürlich auch ein Feld ein magnetisches Feld und dann hat auch das Elektron wenn Sie es jetzt in gewisser Art und Weise in so ein Feld einbringen spürt auch diese rücktreibende Kraft die es möglichst entlang dieser Feldlinien ausrichten möchte und auch ein Elektron hat somit ein magnetisches Moment und das konnte man rechnen und jetzt haben die Elektronen einen halbzahligen Spin also in halben Einheiten von H quer also wenn man das klassische Pendant gerechnet hat musste man irgendwie dieses Halb wieder loswerden und da hat Paul Dirac schon erkannt dass man den Faktor 2 aufmultiplizieren muss dann kommt man zu der klassischen analogen Betrachtung das war dann ein ominöser Faktor erstmal und genau genommen ist es der Faktor minus 2 aber wir interessieren uns im Wesentlichen ja eh nur um den Betrag jetzt dieser Größe und dann gab es Messungen das war so 1946 da haben die ersten Leute gemessen dass es hier eine Abweichung gibt es war nicht die 2 die hier gemessen wurde sondern man war bei einem Promille knapp über einem Promille Abweichung und das war spannend was war hier los neue Physik musste hier passieren irgendwas Neues ich zeichne hier mal das entsprechende Bildchen nochmal also wir haben ein Elektron das wechselwirkt im elektromagnetischen fehlt Elektron kommt also rein und raus und elektromagnetische Wechselwirkung das zweite Elektron brauchen wir jetzt hier nicht wir haben nur das Bild bis hierher Elektron geht rein und raus und er spürt dieses virtuelle Photon und letztendlich Paul Dirac rechnet jetzt hier dieses magnetische Moment da kriegt er einen G-Faktor so hat man das genannt dieses magnetische Moment oder dann das anormale magnetische Moment des Elektrons weil es eben nicht zwei war sondern davon abwich und Paul Dirac meinte ja okay da hätten wir eben ungefähr minus zwei und wie kommt jetzt die Quantenelektrodynamik auf diese Abweichung welchen zusätzlichen Beitrag können wir jetzt hier noch generieren der uns anhebt und der die Zahl g größer machen könnte wie wir gesehen haben kann an jedem beliebigen Punkt jetzt hier irgendwas passieren zu diesem Bild müsste man also eigentlich noch ein weiteres Bild hinzutun nämlich das mit dem Inhalt an einem beliebigen Punkt fällt dem Elektron ein oh ich könnte ja mal einen Photon imitieren ich befinde mich in dem elektromagnetischen Feld spüre also dieses magnetische Moment hier und wie ich mich so allmählich vom Acker mache fange ich halt dieses von mir ursprünglich mal freigesetzte Photon wieder ein ich emitiere und absorbiere ein Photon damit bekommen sie weitere Vertices also weitere Knubbel an denen was passiert dadurch kriegen sie zusätzliche Terme weil wir haben ja gesehen das sind nur Gleichungen im Endeffekt hier was wir hier sehen da kriegen sie einen zusätzlichen Term und dieser zusätzliche Term ja dieses rote Ding das war dann und da gab es dann eine Abweichung natürlich abhängig von der elektromagnetischen Wechselwirkung Alpha durch 2 Pi das war die fundamentale Erkenntnis Julian Schwinger konnte das schon rechnen ohne diese Bildchen also rein mit der Mathematik dahinter war überhaupt ein schlauer Kopf der hatte mit 21 schon promoviert als theoretischer Physiker naja muss ich sagen gut ab da war ich gerade mal mit dem Studium fertig also nicht schlecht ein amerikanischer theoretischer Physiker der sehr viel beigetragen hat unter anderem jetzt diese Berechnung und jetzt müssen wir es nur konsequent zu Ende führen weil es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten solche zusätzlichen Geschichten und zusätzlichen Bildchen zu generieren die alle hier beitragen damit wir wirklich hier diesen diesen Faktor erhalten das heißt im Bild der Quantenelektrodynamik mit diesen ganz wilden Sachen die hier unten passieren dürfen dass sie hier ein Photon emittieren und selber wieder einfangen die müssen sie rechnen die müssen sie hinzuziehen in ihre Kalkulation damit sie wirklich auf das in der Natur gemessene Ergebnis kommen das hat diese Fantastereien hier unten auf ein ganz anderes Podest gehoben erstmal weil gleich werden wir sehen es gibt eine ganze Reihe solcher Bildchen die alle dazu passen müssen ich zeige Ihnen das mal was haben die Bildchen gemeinsam sie fügen zwei Knuppel hinzu zwei Vertices eigentlich sind es ja elf Bilder also sie müssen sich das letzte da passiert die Paarbildung dreimal denken weil das ist einmal die Paarbildung mit Elektronen und seinem Antiteilchen aber es könnte natürlich auch ein anderes Lepton entstehen wie ein Myon und sein Antiteilchen oder ein Tau und sein Antiteilchen deshalb sind es in Wirklichkeit elf Bilder die wir hier berücksichtigen müssen und nur mit diesen zusätzlichen elf Bildchen oder besser gesagt den zusätzlichen elf mathematischen Termen die ja hinter den Bildchen stecken also wenn ich die jetzt hier nehme elf solcher Bildchen dann bekomme ich diesen Korrekturterm den ich brauche um näher an dem Messergebnis zu sein den die Natur vorgibt ich muss also virtuelle Dinge hier zulassen in der Welt des Allerkleinsten die Dinge gestatten die uns so abstrus erschienen sind die ganze Zeit nur dann wenn ich sie mitziehe komme ich dem Ergebnis näher nur damit war dem Ganzen kein Ende gesetzt man konnte die Genauigkeit weiter treiben man musste einfach nur neue Bildchen zeichnen wir können jetzt einfach zwei weitere Knubbel hinzufügen weitere Photonen beispielsweise wir könnten jetzt hier ein Photon beginnen lassen und und das Elektron fängt es hier hier wieder ein nachdem es dieses erste Photon emittiert hat das ist wichtig die Bildchen müssen sich im Prinzip unterscheiden weil es stehen ja jeweils Terme mathematische Gleichungen dahinter und wenn sie über eine Konfiguration schon sowieso unendlich viele aufintegriert haben dann müssen sie natürlich hier neue Terme hinzufügen neu würde bedeuten vor diesem Photon emitiere ich ein weiteres und nach diesem Emittieren dieses Roten fügt sich das Blaue wieder wird es wieder eingefangen also es wäre jetzt nichts anderes nichts Neues wenn ich jetzt hier beginnen würde und hier wieder aufhören würde aber es wäre zum Beispiel was Neues wenn ich hier beginne und hier wieder aufhöre weil ich dann vor der Absorption dieses roten Photons eins emitiere ein Blaues wenn man jetzt so will und dann anschließend wieder einfange wieder was anderes wäre es wenn ich gleich von hier nach hier gehe wenn ich also emitiere und absorbiere bevor ich das Rote wieder einfange also irgendwo muss sich das Ganze jeweils unterscheiden ich könnte natürlich es geht ja nur darum dass wir zwei Knubbel hinzufügen ich könnte jetzt natürlich auch sagen gut wir machen Paarbildung es spricht ja nichts dagegen dass hier irgendwo so ein Teilchen und ein Antiteilchen entsteht und wieder zusammen geht auch das könnten wir machen dann hätten wir hier zwei Knubbel aber lassen wir es jetzt mal der Einfachheit halber bei diesem blauen Photon das wird hier emittiert bevor das Rote losgeht und wieder eingefangen zwei Knubbel was kriegen wir einen Korrektur Sie merken es werden viel viel mehr Bildchen jetzt es sind jetzt schon 72 die Sie auf diese Art und Weise konfigurieren können mit vier Vertices wir kriegen also jetzt ein Plus und dann kommt hier ein Vorfaktor das ist eine Zahl die nennen wir jetzt mal C2 weil es mit der zweiten Ordnung korrespondiert weil wir kriegen hier so was Alpha durch Pi hoch 2 der Vorfaktor der ist hier schon reingezogen das ist eigentlich auch eine negative Zahl die hätte jetzt minus 0,308 in der Größenordnung aber das können wir ja alles in die Konstante hier reinziehen das sind wie gesagt 72 Bildchen da sind Sie schon mehr beschäftigt und da stecken jeweils Integrale über unendlich viele Terme dahinter und all diese Sachen wenn Sie hier sehr sehr fleißig sind treiben Sie die Genauigkeit weiter ja und jetzt werden Sie es erraten jetzt war der sportliche Ehrgeiz der Naturwissenschaftler geweckt dann machen wir hier einfach mal ein Diagramm mit zwei weiteren Knubbeln also gerade hatte ich ja die Möglichkeit mit der Paarbildung erklärt jetzt wollen wir die mal wirklich durchziehen das heißt ich mache mir hier ein bisschen Platz weil niemand kann uns daran hindern dass dieses Photon das hier emittiert wird das rote Photon das kann hier Paarbildung betreiben bevor es wieder emittiert wird das bringt uns zwei weitere Knubbel von hier nach da also man zeichnet das so ein da geht da so ein Elektron weg und ein Positron das Positron ist wieder umgekehrt in der Zeit also wir haben jetzt hier Paarbildung es kommt wird hier wieder annihiliert und geht nach oben wird als Photon wieder absorbiert zwei weitere Knubbel weitere Terme 1c3 weil wir haben jetzt hier Alpha durch Pi hoch 3 wieso sind das eigentlich immer höhere Ordnungen von Alpha immer wenn wir zwei Vertices hinzubekommen heißt es wir erinnern uns an jedem Vertex war dieser Faktor mit diesem e minus i e mal irgendwas also e die Elementarladung all diese Terme werden auf multipliziert am Ende also sie kriegen e mal e gibt e Quadrat dann haben sie e Quadrat woran erinnert uns das in entsprechenden Einheiten ist es diese sommerfeldsche Feinstrukturkonstante die war doch e Quadrat durch h quer c und dann dieser Vorfaktor 1 durch 4 Pi Epsilon 0 zwei Vertices bringen e Quadrat das bringt uns ein Alpha und dann entwickeln wir nur nach den Potenzen von Alpha und dann machen wir weiter 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 das hier das sind schon 891 891 solcher Möglichkeiten weil die Paarbildung kann jetzt hier passieren hier oben hätten wir auch nochmal so ein Photon zeichnen können auch das kann wieder Paarbildung machen und sie kriegen immer mehr Möglichkeiten hinzu und dann und dann waren Naturwissenschaftler so verrückt und haben eine weitere Ordnung gerechnet mir gehen jetzt hier schon die Farben aus ich nehme das also wir machen irgendwie wieder zwei weitere Knuppel hinzu suchen sie sich was aus das nehmen wir ein Photon das von hier nach da geht das natürlich auch hier gehen könnte das auch eine weitere Paarbildung darstellen hätte könnte hier unten einfach nur zwei zusätzliche Knuppel die dazu führen dass wir jetzt hier hinten eine weitere Ordnung haben nämlich c4 Alpha durch Pi hoch 4 und natürlich wird es jetzt hier hinten weiter gehen nur das hier das sind schon 12.672 Diagramme solche Feynman Diagramme alle mit unendlich vielen Termen also da ist richtig was los das integrieren sie alles auf und machen und tun das wurde auf Großrechnern gemacht ein Jahrzehnt wurde hier gerechnet die Hardware zum Glühen gebracht und am Ende stand ein Zahlenwert ein Zahlenwert der all diese Sachen jetzt beinhaltet diese Diagramme ich nenne das jetzt mal wo schreibe ich das hin ich nenne das G theoretisch und da gab sich folgender Wert minus zwei Komma jetzt kommt diese Korrektur 002 319 304 363 und dann dann wurde gemessen dann wurde gemessen mit unglaublicher Präzision auch das ist in meinen Augen eine Meisterleistung hier dieses dieses rücktreibende Moment hier immer weiter auszumessen zu verfeinern die Leute waren natürlich jetzt in diesem Jahrzehnt nicht untätig und haben den Messwert in der Genauigkeit vorangetrieben und und dann geht man natürlich hier zueinander und vergleicht diese Zahlenwerte das war ja die große Spannung wenn Sie stellen Sie sich vor Sie rechnen hier Jahre vor sich hin kommen endlich auf einen Wert und jetzt wollen Sie natürlich wissen was ist Sache und was hat das Ergebnis erbracht das Ergebnis und jetzt also muss man sich hinsetzen das ist ich zeige es Ihnen jetzt einfach mal wir nehmen ein g experimentell das war minus 2,002 3,19 3 0,4 3,6 2 Wahnsinn das ist als würden Sie den europäischen Kontinent in seiner Ausdehnung auf auf Haaresbreite genau vorhersagen und so würde der dann gemessen werden das ist der größte Durchbruch der größte Erfolg der größte Triumph der theoretischen Physik überhaupt jemals gewesen keine Theorie konnte vorher in irgendeiner Form eine solche Genauigkeit erreichen und das es spricht einfach für sich da fehlen einem die Worte weil alles das was bis hierhin immer so im Reich der Taschenspielertricks war diese was haben wir denn hier hier haben wir doch diese Vakuumpolarisation in Form von diesen diesen fluktuierenden Geschichten wenn Sie die weglassen dann kommen Sie nicht auf diese Genauigkeit mit der Übereinstimmung des Experiments die müssen Sie hinzutun in Ihrem Modell die müssen in Ihrem Modell enthalten sein das hebt die auf eine ganz neue Basis das ist das Sie können sich jetzt hier mit Fakten abgleichen das ist etwas ja ich hatte Ihnen Ausblicke versprochen entlang unserer Wanderung von Aristoteles zur Stringtheorie und das hier das ist einer meiner persönlichen Lieblings Rastplätze gewissermaßen Lieblings Aussichtspunkte diese diese unglaubliche Übereinstimmung dieser Quantenelektrodynamik mit der Messung das ist das ist die Basis gewesen auf der die Quantenfeldtheorie dann diesen fulminanten Erfolg gefeiert hat damit hat sie das Tor weit aufgestoßen als das führende Modell zur Erklärung dieser Welt nur leider gab es dann Probleme in dieser ganzen Euphorie in der Feststellung hey wir können jetzt diese Fluktuationen hier tatsächlich hart mit einbeziehen und die müssen sein wenn sie die weglassen kommen sie nicht aufs Ergebnis man wollte dasselbe jetzt natürlich mit dem Proton messen und das ging fundamental in die Hose weil hier bei der elektromagnetischen Wechselwirkung des Elektrons da haben wir diese Kopplung und die ist klein das war ein 137 wenn sie sich erinnern die Sommerfeldsche Feinstruktur Konstante mit ein paar Nachkommastellen und wenn sie diese kleine Zahl quadrieren wird sie noch kleiner dann multiplizieren sie mit irgendeiner Zahl dann wird sie noch kleiner hoch 3 dann wird sie noch kleiner hoch 4 das heißt die Bedeutung dieser Bildchen nimmt dramatisch ab wenn es darum geht den Gesamtwert zu bilden also sie wandern immer weiter hinten in den Nachkommastellen und mit der nächsten Ordnung da putzeln sie hier schon raus aus diesen Stellen deshalb haben sie diese fulminante Übereinstimmung obwohl sie ja hier noch weitere Terme hätten es würde jetzt hier hoch 5 hoch 6 und so weiter immer mehr Bildchen 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 die brauchen sie aber hier nicht weil das Alpha freundlicherweise so klein ist dass das weggedrückt wird und bei der starken Wechselwirkung wenn wir jetzt dann zu den Protonen kommen Protonen haben sich nämlich als nicht fundamental nicht elementar erwiesen weil sie zusammengesetzt sind aus Quarks und anderen Dingen was wir noch sehen werden und hier braucht man die starke Kernkraft um das Proton erfolgreich zu beschreiben und hier haben sie eine Kopplung die ist eben groß die ist nah dran an 1 und wenn sie jetzt eine Zahl haben die fast 1 ist und die quadrieren sie und nehmen sie hoch 3 hoch 4 die wird nicht kleiner so leicht oder nicht so dramatisch dass die Stellen keine Rolle mehr spielen dann müssen sie immer mehr Bildchen Bildchen hier hinzunehmen die immer noch beitragen genauso das kriegen sie nicht hin das war das war der Beginn insbesondere die Erkenntnis dass die Protonen gar nicht elementar sind der Beginn einer neuen Betrachtung die hier notwendig war die Quantenchromodynamik zu der wir ein eigenes Video machen werden eine Sache muss ich hier noch kurz erläutern dieses Alpha fließt ja als Parameter ein also wie will man hier so eine hohe Genauigkeit erreichen wenn man irgendwie noch diesen freien Parameter Alpha den müssen sie natürlich unabhängig von dieser Berechnung möglichst genau festlegen also entweder sie messen den separat durch Spektrallinien durch Übergänge dort wir haben ja gesehen da ist die Sommerfeldsche Feinstruktur Konstant ja eigentlich zu Hause gewissermaßen oder sie nehmen diese Argumentation einmal für Elektronen das ist das was wir jetzt hier gemacht haben dasselbe können sie natürlich veranstalten auch für Myonen zum Beispiel da kriegen sie nur hier andere Konstanten bis hier ist es sogar gleich weil erst ab hier spielen dann diese Massefaktoren eine Rolle also hier kann dann plötzlich was anderes entstehen und erst ab diesem Termin haben sie tatsächlich einen Unterschied aber sie bestimmen anhand einer Betrachtung das Alpha und können dann diesen Parameter eliminieren für die zweite Betrachtung und treiben dort diese Genauigkeit voran das ist das ist einfach wunderbar sich hier an Fakten festhalten zu können wobei ich sagen muss kürzlich ist in einer lebhaften Diskussion jemand sehr aggressiv geworden hat sich mächtig echauffiert ich sie mit ihrer Naturwissenschaft immer und ich habe eine eigene Meinung und ich habe ein profundes Bild dieser Welt und das lasse ich mich hier von ihnen nicht irgendwie durcheinander bringen und ich verbitte mir dass sie laufen versuchen mich zu verwirren mit ihren naturwissenschaftlichen Fakten ok